Mein Name ist Tina Maria Aigner, ich bin Schauspielerin und ich bin ein großer Fan von unserem Grundgesetz. Menschenwürde, toll, Freiheitsrechte, mega, Gleichheit vor dem Gesetz, Hammer. Und für diese Rechte braucht es einen Grund, deswegen heißen sie ja Grundrechte. Diesen Grund zu finden ist schwierig, denn er ist abhängig vom Inzidenzwert, vom R-Wert, von der Impfbereitschaft, von den schlimmen Nachrichten aus anderen Ländern und von Kurven, die irgendwo schnell in die Höhe gehen. Manchmal weiß man gar nicht, wo er ist. Der Grund. Also ich stelle mir das dann so vor wie in einem Teich. Auf dem Grund ist Schlamm und da sind irgendwo Fische, also da ist der Grund. Und wenn man den aufwühlt, dann sieht man ja auch nichts mehr. Also vielleicht lassen wir das einfach mit dem Grund. Naja, ich müsste auch nochmal drüber nachdenken, das ist ja auch alles nicht so einfach. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen mit und ohne Grund.